leute willkommen zurück zur neuen folge von minecraft leute heute bin ich hier heute habe ich mir was sehr sehr nice gegönnt und zwar fliege ich hier mit einem richtig richtig teuren privatjet einfach leute ihr seht hier sind keine anderen gäste ich fliege hier einfach mit einem teuren privatjet nach hawaii von hamburg nach hawaii sehr sehr nice leute ich freue mich sehr leute lasst gerne like und abo da und genau ich fliege hier ich habe hier einen tisch ich habe ein eigenes sofa sehr gemütlich und ja ich fliege jetzt einfach nach hawaii wir können mal kurz schauen hier das hier ist das flugzeug auf jeden fall hier mehrere sitzreihen hier schöner ausblick sehr sehr nice leute und ich hoffe wir sind bald da liebe passagiere danke dass sie mit uns fliegen aber wir haben gerade starke turbulenzen bitte bleiben sie auf ihre plätze starten gut angeschnallt wir kriegen das schon irgendwie hin hin liebe grüße euer kapitän hier ist noch mal kapitän triebwerk eins und zwei ist ausgefallen nein ich werde wahrscheinlich nicht mehr sicher klicken können also und ja leider gibt es hier keine fallschirme an bord ich wollte doch nur urlaub machen ja lasst gerne auch eine gute google bewertung da ja ja und ich sage mal ich hoffe wir werden alle im frieden ruhen oh gott leute das hört sich ja sehr optimistisch an leute wo bin ich hier leute wo sind wir denn hier gelandet nein ich wollte doch nach hawaii wo bin ich dir jetzt gelandet ich bin ja hier ist überall eis da sieht aber nicht aus wie hawaii das war mein flugzeug es brennt hier alles und vom flugzeug ist nicht viel übrig geblieben hier ist noch ein anderer stuhl hier ist eine kiste ok wahrscheinlich vom pilot ist komplett kaputt gegangen ich will nicht wissen warum der hier rot ist nein will ich nicht wissen ok leute wo bin ich das ganz schön kalt hier denke was mache ich hier bloß oder was mag ich mir bloß ich wollte urlaub machen dann bin ich hier wie soll ich denn hier bitte überleben frage ich mich hier ist eine kiste hier könnten irgendwelche materialien drunter aber den kot war sie auch nicht probieren schade das ist sehr problematisch hier alter hier alles gut hier einfach das war mein flugzeug überhaupt nicht vorstellen die turbulenzen tritt werden ausgefallen dann bin ich eingeschlafen also in ohnmacht gefallen und jetzt bin ich hier ist ich glaube ich kann von glück reden das überlebt hat aber es waren ja nicht mal andere spieler hier also kein wunder leute was ist hier also hier war gerade ein latus geräusch und da sehe ich ein nametag ist ja irgendjemand gestrandet oder so hallo 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 was was du hier auf der hinzu ich weiß es nicht ich wollte nach hawaii fliegen jetzt ist mein flugzeug stört wegen ausgefallenen triebwerken und ich bin nicht in der weise auf irgendeinem schneeberg mal so das sieht schon mal nicht sehr gut aus nee ich möchte jetzt meine palmen haben warte mal kurze frage wie wir wie hieß hieß das flugzeug also wer war der pilot der der dich hierhin geflogen hat keine ahnung wie der hieß ich habe mich zuhört ich habe ein airpods musik gehört ich weiß nicht der neben hieß der zufällig gtcraft also weißt du irgendjemand der dieses verkauft hat hieß gtcraft oder eddie keine ahnung ich weiß es nicht kann ich wie gesagt nicht beurteilen wenn ja dann war das der plan des admins hier der hat hier gibt sich ein admin dessen namen ist nur als gtcraft oder eddie bekannt den richtigen namen kennen wir nicht keine ahnung also ich bin ich bin auch hier gestrandet ich hatte ein türkisches boot gekauft also meins war eigentlich ganz normal wenn das wenn das der admin war dann sollte der code 199 sein ja okay probier mal 199 ja hat geklappt hat geklappt diesen spinnwebe und es ist der plan des admins gewesen er sagt letzter zeit kommen hier sehr viele leute durch den admin okay er lockt sie hierhin durch frei durch flüge durch schiffe und ja lässt sich erstranden ja ich habe da mit uns irgendwelche komischen sachen machen kann ja ich bin darauf reingefallen ich dachte es geht nach hawaii ich hätte extra sparen gebot genommen aber das war nur ein plan von admin also ich glaube es ist auch andere passagiere außer dir nee nee ich habe ein privatflug gebucht deshalb war ich ja so erstaunt dass es so gut ist aber ja es hat ja nicht geklappt naja und ja ist das hier was ist das hier alles wo bin ich hier was das ist das ist eine einsame insel einsame insel ja eine riesige einsame insel das eisener was ist eisen das ist ja echt und man kommt hier nicht weg und man ist ja wir können hier nicht weg uns grenzt eine barriere ein nein die schneider ab ich glaube ich glaube der flugzeug ist gegen die barriere geflogen und hat deswegen ein ausfall gehabt und wurde so klein geschnetzelt das kann sein aber ich habe eine frage ich es hat sich so angehört für mich als wenn ihr noch mehr leute wären was jetzt wenn hier noch mehr leute werden auf den haben ja wir sind glaube ich sechs leute hier auf der insel mit mir gezählt sechs leute das ist ja viel ja also wir wurden hier alle reingelegt ich und bettel wurden es sind hier angestrandet mit unser türkisches boot es ist plötzlich der motor explodiert das ist ja nicht so schön und das triebwerk also der turbo modus ebenso okay also ich weiß nicht von welcher marke mein flugzeug war ja meine frage also wir also paar spieler von uns haben ein clan erstellt erstellt von überlebenden wirst du gerne beitreten wir heißen exorzisten ja dann würde ich dann würde ich dich einmal zu meinen hausgleich bringen ja ja ich habe ich habe mir ein kleines japanisches häuschen gebaut kommen wir ja folgen folgen sie mir unauffällig damit du das weiß der admin da admin weiß immer alles was wir tun aus welchen grund und was für ein stalker ja ja da seid doch ja ja das ist halt arbeit nein 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 ich bin den pulverschnee ich bin rausgekommen ich bin in der hülle von kommen 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 hier 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 ich bin sicher ich bin sicher die erste höhle hier ist eine höhle also hier ist ein kleiner ausgang kommt diese komischen schneeberge meine müde und voll damit und das genau das hier ist kein paradies diese insel also wir wissen nicht mal diese insel wurde nicht mal in die land karte verzeichnet also in der weltkarte wird sie nicht verzeichnet wo ist die verflucht oder was oder sie wird das ein pillager oh nein schon wieder eine invasion meine güte hier muss man jemand wege bauen hier kommt man überhaupt nicht wir haben leider keine zeit wir haben also der exorzisten klamm versuch gegen momentan zwei gegner anzukämpfen einmal gegen den admin und gegen den uns gegen einen feindlichen clan klamm wo bettel und dino dabei sind sie haben sie haben uns als feinde erklärt also gibt es ja auch sozusagen gegner und so ja sie haben uns anfangen den krieg erklärt halt ja ja die hat wahrscheinlich max gebaut das zweite ratsmitglied ist das wasser denn war wie auf hawaii also du solltest am besten hier nix abbauen weil hier hier ist freckrader baut hier und er ist ziemlich neutral wenn wir was machen wird er uns angreifen maxim schreibt wo seid ihr das ist das ist das vom frick hier sollten wir nicht rein kommen wir geht zu meiner base bei der base ist japanisch ja das sah ich japanisch aus das sei er germanisch aus ja aber mein haus ist noch lange nicht fertig muss noch paar ressourcen sammeln aber meine güte was das hier was hier ist das wasser fände maxim ist ja ich habe dann natürliche barriere wie findest du es schon mal den grundbau habe ich muss das einmal ja hier ich brauche noch ein paar seelaternen um das hier weiterzubauen hier habe ich das feld womit wir uns versorgen wird das ein tempel das hier wird mein kleines häuschen ach so das wird kein tempel also betten also ich habe ein bett wir können ich kann auch flachs abbauen da kann ich das dann habe ich dringend kann dir wahrscheinlich eins machen was ist das denn hier gebiete exorzisten ja wir haben wir haben unser gebiet abgegrenzt es gibt drei ratsmitglieder ich popcorn und max wir sind die drei obersten exorzisten guck mal hier warte 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 hast wir brauchen roten farbstoff das sind das sind die schönen euro wings sitze hatte habe ich keinen roten farbstoff da ist einfach nur drin das ist ja klar ja ich habe die von meinen türkischen boot tiki weil ich wollte hier die österreichische flagge machen dazu aber das geht nicht mehr verbinden sich nicht das kacke ist egal hier kannst du auf die couch pennen irgendwie klappt das nicht so wie ich mir vorstelle ich kann mich nicht seitlich haben ja guten morgen und da wunderschöner morgen ja ich habe ich habe mir hier flach zum weizen angebracht habe ich habe ich auch meine tiere ich habe sogar paar überwachungskameras ja alter kameras auch hier im start ist ja wir haben uns wissen was gemacht wir versuchen auch die base des admins zu finden haben aber kein glück ja der hat irgendwo eine base das wissen wir aber auch für youtube in sinne auf dieser mal auf dieser insamt eine base so wo möchte also möchtest du mein gebiet des 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 klans bauen die vorschrift ist nur dass du japanisch bauen musst das kann ja was werden leute japanisch und ich kann dir auch helfen ich kann dir auch helfen wo ist denn auch ein gebiet frei ja ich will also mein gebiet also wir teilen unsere der grad grad wieder aus unser gebiet ist auch ungefähr 40 prozent der gesamten insel ist das gebiet hier frei also wir machen doch mehr warte ich kann dir mal zeigen also mein gebiet wird so der hafen sei weil ich am meer bin komm mal her du könntest vielleicht hier so hier so bauen hier die bäume abmachen und dann das ist meist dass das doch eine schöne fläche und ist auch noch noch an das gebiet ja vielleicht bis bei der hier bauen das möglich warte ich brauche gerade ein so einen schlechten baum ab das ist möglich hier genau hier zu bauen ja du kannst hier noch bauen ja ja weil ich jetzt noch an der grenze hier ist ein wunder wunderschönes ja leute das war erst mal die erste folge von der minecraft insel wir sind hier einfach abgestürzt und ja lasst gerne ein abo dafür mehr folgen von diesem projekt und check auf jeden fall king melden ab damit er bald seine 100 100 abos erreicht oder hast du sie schon tatsächlich geschafft habe ich hatte die geschafft das ist echt du naja das ist ein abo da für mehr dieser folge in der nächsten folge werden wahrscheinlich anfangen dieses unser haus hier zeigt auch gerne buch dreht ab aber er ist auch ein richtig guter youtuber ich kann ihn nicht tragen warum kann ich ihn nicht tragen ja ich würde ja also könnte auch bei ihnen die folge anschauen und könnt gerne bei ihnen ein abo da gleich da lassen ich meine natürlich wir sind beide von bis jetzt ja ein zombie wird getragen bis zum nächsten mal rein und ciao